Ja, hi ihr Lieben, heute nehme ich euch ein bisschen mit und zwar geht es heute auf ein Krypo-Foto-Event. Ja, ich freue mich sehr, Nathalie und Gerhard und die ganzen anderen wiederzusehen und ich versuche euch da ein bisschen mitzunehmen. Ich hoffe, ich denke daran, aber jetzt warte ich erst mal, dass die liebe Alexa mich abholt. So, wir sind jetzt angekommen. Es ist leider Regen, aber wir hoffen, dass es gleich weg geht. Wir haben jetzt hier geparkt und da ist Alexa. Hallo! Ja, und dort gehen wir gleich hin und wir hoffen, dass der Regen gleich aufhört. Dankeschön. Du hast definitiv Charakter drauf. Ja, stimmt. Also, wenn das nicht charakterhaft ist, dich erkennt man doch unter Das habe ich mit auf Video jetzt. In der Grotte bleiben wir mal einen Moment stehen. Ja, 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 da! Oder meinst du vier? So, wunderbar. Und ruhig ein bisschen Richtung raus gucken. Also, schau mal nach da oben. So, und dann zum Fuschi ein bisschen raus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich kann ja mal ein bisschen ziehen. Das ist nicht vor allem erlaublich. Ja. 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 Nimm mal die vorletzte. Nimm die mal bitte. Ja. 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 Ja, ja. Sehr schön. Was machst du? Ach, mach mal. Ja, sehr schön. Was machst du? Was machst du? Ja, ich Filmst du grade? Ja, ichら. Ah! Wir sind in Schwerin, auf der Liebesinsel. Auf der Liebesinsel? Ildamur! Oh! Oh! Ah, das ist gar kein Problem. Kann ich auch noch warten. Da müssen wir alle da rein. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Irgendwie habe ich immer Gerhard zuerst. Ja! Ich stehe einfach immer im Weg. Daran liegt das. Es ist ja auch ein Krypo-Event. Das stimmt. Da müsste aber eigentlich die Krüger erst drin sein. Und dann der Po. Aber die Kry ist immer weg. Die Kry ist immer unterwegs. Da ist die Kry. Da ist die Kry von Krypo. Und du fotografierst auch? Ja. Hallo! Hier sind wir. Das ist natürlich geil mit dem Licht. Weil ich durch die Heben gesplettert habe. Ja, das stimmt. Was bedeutet diese Heben überhaupt? Ja. Ich bin dafür, dass wir dagegen sind. Trinkt ihr ja alle schon? Die gehören gar nicht zu uns. Dann sollte ich da nicht hinsehen. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Ich glaube, ich glaube das wohl. Also. Ich werde das zwar nicht erleben, aber... Ich werde das zwar nicht erleben, aber... ...